Wir sind jetzt hier mit der Lina am Laufband. Wir können hier am Laufband die Geschwindigkeit einmal verändern und wir können die Steigung verändern. Das sind beides Möglichkeiten, wie ich die Lina jetzt in die Progression reinbringe. Im Moment geht sie noch und wir wechseln jetzt mal eben aufs Laufen. Gut, wir erhöhen mal die Geschwindigkeit. Apropos Steigung, möchte ich hier einen realistischen Vergleich zum Joggen draußen erzielen, sollte ich hier eine Steigung von etwa 1,5% einstellen. Das machen wir jetzt mal als erstes. Laufband fährt jetzt hoch. Und jetzt erhöhe ich die Geschwindigkeit. Nicht so schnell, dass sich die Lina dran gewöhnen kann. Wir sind jetzt bei 8 kmh angelangt. Lina befindet sich jetzt in einem leistigen Ausdauerjoggen. Und möchte ich die Lina jetzt stärker belasten, kann ich hier wieder über die Steigung gehen. Ich kann auch wieder über die Geschwindigkeit arbeiten. Wir machen mal erstmal ein bisschen Steigung rein, sodass wir hier einen Berglauf simulieren. Wir gehen mal mit der Steigung auf 6%. Also ich kann durchaus, kann ich auch einen längeren Berglauf einplanen, kein Problem. Und kann hier auf jeden Fall bis zu 60 Minuten auch in der Steigung laufen, wenn ich möchte. Einfach für die Muskulatur empfiehlt es sich allerdings, die Steigung auch mal wieder runterzusetzen, um die Schienbeinmuskulatur auch mal wieder zu entlasten. So, Lina ist jetzt auch in einem guten Tempo unterwegs. Und wir gehen jetzt mal höher von der Geschwindigkeit und setzen einfach mal einen leichten Belastungsintervall. Geschwindigkeit werde ich dir jetzt auf 12 erhöhen. 4 kmh schneller wird's. Auf geht's! Beim Intervalltraining ist es so, dass wir uns zunächst einlaufen oder eben auf dem Fahrrad einen bestimmten Puls erreichen wollen. Und von da aus setzen wir Belastungsspitzen, die dann auch entsprechend in den anaeroben Bereich führen. Also den Trainierenden wirklich auch ans Limit bringen und lassen den Puls danach wieder absinken. Und wir sehen jetzt hier auch ganz schön, wie die Herzfrequenz eben auch steigt. Ich kann mir jetzt hier eine Grenze setzen, dass ich sage, den Intervall fahre ich beispielsweise oder laufe ich bis 195. Oder wir können das Ganze aufgrund von einer Zeitsteuerung machen. Ich sage, dieses Tempo möchten wir eine Minute lang halten. Eine Steuerung des Ausdauertrainings aufgrund der Herzfrequenz ist generell sinnvoll, ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Jetzt ist es insbesondere so, jemand, der jetzt gesundheitliche Probleme hat, zum Beispiel koronare Herzkrankheit etc., dort ist es eben sinnvoll, sich wirklich auch am Puls zu orientieren. Und jetzt hat das Herz, was gerade in einem sehr hohen Bereich gearbeitet hat, diese Intensität hätte sie jetzt nicht ewig aufrechterhalten können, musste jetzt eben richtig Leistung bringen. Und jetzt lassen wir den Puls erstmal wieder absinken, bevor wir den nächsten Intervall starten.